Das galaktische Zentrum, also das Zentrum unserer Milchstraße, ist 27.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und wir haben keinen direkten Blick ins galaktische Zentrum, weil zwischen dem Sonnensystem und dem Zentrum unserer Milchstraße, da liegen ziemlich große Staub- und Gaswolken. Und die schlucken das Licht aus dem galaktischen Zentrum komplett. Aber, weil wir ja inzwischen eben viel weiter sind, als nur optisch den Himmel anzugucken, weil wir das gesamte elektromagnetische Spektrum zur Verfügung haben, gibt es einige Fenster in diesem elektromagnetischen Spektrum, die es uns möglich machen, trotzdem ins galaktische Zentrum gewissermaßen indirekt hineinzuschauen. Und zwar vor allen Dingen im Bereich Radio- und Infrarotstrahlung, aber auch im Bereich der Röntgenstrahlung. Wir bekommen also elektromagnetische Strahlung aus diesem Bereich der Milchstraße, der uns eigentlich gar nicht zugänglich ist. Und deshalb wissen wir, dass im galaktischen Zentrum, im Zentrum unserer Milchstraße, ein schwarzes Loch sitzt. Ich senke schon mal wieder die Stimme, denn beim schwarzen Loch, beim schweren schwarzen Loch, da wird ja alles langsamer, wie Sie natürlich alle wissen. Und das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist zwei Millionen Sonnenmassen schwer und es handelt sich um ein sogenanntes hungerndes schwarzes Loch. Es ist nämlich selbst im Infraroten, beziehungsweise Radiobereich kaum zu sehen, denn offenbar bekommt es kein Futter. Denn nur dann, wenn das Gas in der Nähe des schwarzen Loches beschleunigt wird, dann fängt es an zu leuchten, dann sieht man die Umgebung des schwarzen Loches. Aber in Sagittarius Stern, dem Zentrum unserer Milchstraße, da offenbart sich dieses supermassive schwarze Loch mit zwei Millionen Sonnenmassen nur durch seine Masse, weil es nämlich die Bewegung von Sternen dort so ablenkt, dass man ausrechnen kann, aha, da steckt etwas, da steckt eine Masse in einem ganz winzigen Raumbereich und das muss ein schwarzes Loch sein. Also von diesem einen großen schwarzen Loch, da wissen wir, und zwar schon seit Längerem. Seit Kürzerem allerdings wissen wir, dass da möglicherweise noch mehr ist. Die Sendung heute heißt, gibt es ein zweites schwarzes Loch im galaktischen Zentrum? Gibt es da noch eins? Ist das genauso schwer? Und vor allen Dingen, wie hat man es gefunden? Ein zweites SL, schwarzes Loch, im GZ, galaktischen Zentrum. Übrigens, eines meiner Lieblingsobjekte, das galaktische Zentrum, denn das ist natürlich das galaktische Zentrum, was uns am nächsten ist. Deswegen erfährt man auch ziemlich viel darüber, was sich im Zentrum einer Galaxie so abgespielt hat. Es gibt nicht nur ein zweites schwarzes Loch, es gibt möglicherweise sogar ein drittes, ein viertes, möglicherweise gibt es ein paar tausend, vielleicht sogar zehntausende von schwarzen Löchern. Die ersten vier, die will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Sie sehen in dem Bild vier gekennzeichnete Kreise und das sind Röntgenquellen. Sehr, sehr variable Quellen, die auf einer Zeitskala von Tagen oder Stunden ihre Röntgenleuchtkraft verändern. Diese vier schwarzen Löcher sind innerhalb von wenigen Lichtjahren um das galaktische Zentrum herum gefunden worden. Und zwar mit einem Röntgendetektor. Das heißt, das, was man da findet, im Zentrum unserer Milchstraße, sind fluktuierende Röntgenquellen. Was kann das sein? Naja, also erstmal, was haben wir denn an stellaren Röntgenquellen? Was kann es denn sein? Nein, das könnte ein Stern sein, der sehr heiß ist, der so heiß ist, dass er Röntgenstrahlung abgibt. Allerdings ist das eigentlich eher unwahrscheinlich, denn die Leuchtkraft dieser variablen Röntgenquellen, die liegt gerade so in einem Bereich, wo man sagen muss, das kann ein Stern alleine gar nicht schaffen, da braucht er ein Gasreservoir um sich herum. Man spricht dann von sogenannten Aggressionsscheiben, nämlich Scheiben, die sich um einen Stern herum bilden. Das Gas wird vom Stern, von der Schwerkraft des Sternes ja beschleunigt, dabei wird es heiß und dann kommt es zur Röntgenstrahlung. Da gibt es zwei Sorten. Es gibt die LMXBs, die Low Mass X-Ray Binarys, und es gibt die High Mass X-Ray Binarys. Also es gibt zwei Sorten, die Low Mass, das sind diejenigen mit niedriger Masse, stellare schwarze Löcher, Binary ist ein Doppelsternsystem, wo das schwarze Loch oder Neutronenstern, werden wir gleich noch sehen, was da der Unterschied ist, wo also die Sternleichen, Neutronenstern oder schwarzes Loch, das Gas von dem Begleiter in einer Scheibe anzieht. Die Scheibe ist häufig instabil, es gibt Magnetfelder in den Scheiben drin, so wie wir es ja von der Sonne kennen, wo die gewaltigen Ausbrüche an der Sonnenoberfläche ebenfalls zur Röntgenstrahlung führen, so auch in einer Aggressionsscheibe um eine solche Sternleiche herum. Die Scheiben fangen also praktisch an zu flattern. Die Magnetfelder werden in Teilchenenergie umgesetzt und dabei entsteht Röntgenstrahlung. Das ist die eine Variante. Was für ein Unterschied wäre es also jetzt, ob ich da einen Neutronenstern sitzen habe, also eine Kugel von, sagen wir mal, wenn sie 1,4 Sonnenmassen hat, so 10 Kilometer groß ist, aber sehr starke Magnetfelder hat, dann sind die Magnetfelder, die dieser Neutronenstern hat, die sind gewissermaßen eine Bremse. Für was? Achso, ja, Entschuldigung. Eine Bremse für das Gas, was von außen reinkommt. Denn über die Magnetfelder drüber, also senkrecht zu den Feldlinien, kann sich das Gas nicht bewegen. Es muss praktisch auf diese Feldlinien aufgeladen werden und fällt dann auf die Polkappen des Neutronensterns. Damit ist natürlich auch klar, dass die Leuchtkraft, die dabei herauskommen kann, begrenzt ist. Nämlich praktisch Pol und Pol. Bei einer Aggression auf ein schwarzes Loch ist es anders. Das schwarze Loch selber ist ja praktisch eine Erkenntnisschranke und auch das Material, was da reinfällt, spürt im Grunde genommen von dieser Umgebung viel, viel weniger als beim Neutronenstern. Die Magnetfelder sind viel schwächer, weil es handelt sich eben tatsächlich um etwas, was sich so sehr vom Universum abgekoppelt hat, dass es keine vernünftige Verbindung mehr mit dem Rest hat. Das Material fällt auf das schwarze Loch drauf, kann also bis zum Loch akkrediert werden. Und dadurch, dass es eben bis zum Loch geht, und ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse zum Beispiel, hat eine Ausdehnung von drei Kilometer, von zwei Sonnenmassen, von sechs Kilometer und so weiter. Wenn es sich also um ein stelares, schwarzes Loch handelt, das Endprodukt eines stellaren Lebensweges, da kann viel mehr Leuchtkraft entstehen. Es stellt sich nun heraus, dass die innersten vier Objekte entweder sehr, sehr heiße, große, junge Sterne sind. Ach so, das nochmal zur Wiederholung. Große Sterne leben nur ganz kurz, müssen also, wenn sie eine solche Leuchtkraft erzeugen, innerhalb kürzester Zeit ihren Kernbrennstoff verbrennen, oder aber, also das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, immer noch, also großer Stern, der um sich herum eine Scheibe hat, oder es handelt sich um ein stelares, schwarzes Loch. Ein Antronenstern kann es nicht sein, der würde nicht genügend Leuchtkraft erbringen. Also, das innerste des galaktischen Zentrums scheint nun aus zwei Sorten von Röntgen, variablen Quellen zu bestehen. Da müssen wir nochmal nachgucken, was könnte es denn sein. Also ein schwarzes Loch oder ein junger Stern. Es stellt sich nun heraus, dass die Hypothese, dass es sich bei diesen variablen Quellen um ein akkretierendes, oder um, ja nicht nur eins, sondern um mehrere akkretierende schwarze Löcher handelt, diejenige Hypothese ist, die die Spektren, denn diese Röntgenstrahlung wird nicht nur als Lichtkurve aufgenommen, so nach dem Motto, aha, die Leuchtkraft steigt, schwankt, steigt, schwankt und so weiter, ja, schwankt also hin und her, immer mit Faktor 10 immerhin, dass das am besten erklärt wird durch die Hypothese des schwarzen Loches. Ein großer Stern, der nur wenige Millionen Jahre lebt, hat in diesem Bereich des galaktischen Zentrums eine viel geringere Wahrscheinlichkeit. Wie kommt das? Naja, das hat damit zu tun, dass im Innern einer Galaxie im Allgemeinen die Sterndichte außerordentlich hoch ist. Die ersten Sterne in einer Galaxie, die entstehen im Allgemeinen im Zentrum, weil da das Gravitationspotenzial sehr tief ist, das heißt die Sterne, die da entstehen, die sind in der Anzahl sehr, sehr hoch, es entstehen auf einmal sehr viele Sterne und diese Sterne haben einen gewissen Entwicklungsweg. Man kann das für einen Kugelsternhaufen im galaktischen Zentrum ausrechnen, dann kommt man darauf, dass man 10.000 bis 20.000 dieser X-Ray-Binaries, also dieser X-Ray-Doppelquellen hat, wo jeweils entweder ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch drin ist. Von den O-Sternen und B-Sternen, die diese Hochmassen, also diese großen Massen produzieren, würde man im schwarzen Loch, äh, nicht im schwarzen Loch, im galaktischen Zentrum momentan nur 30 Objekte erwarten. Also 10.000 bis 20.000 Objekte auf der Skala der Sternleichen und nur 30 Objekte auf der Skala der ganz jungen Sterne, die gerade jetzt entstanden sind, also gerade jetzt, wie gesagt, innerhalb von 7 Millionen Jahren. Das erzählt uns etwas darüber, was sich im galaktischen Zentrum getan haben muss. Die Anzahl der variablen Doppelquellen im Röntgenbereich im Zentrum unserer Milchstraße ist überhäufig, und zwar deutlich überhäufig. Was also einhergeht mit der Vorstellung, dass im Zentrum unserer Milchstraße nicht nur dieses supermassive schwarze Loch im Zentrum entstanden ist, sondern viele kleine schwarze Löcher immer wieder mal während der galaktischen Entwicklungszeit, weil die Sterne sich ja, vor allen Dingen eben große Sterne, sich nach einer Weile, also am Ende hat man eine Supernova-Explosion, und was dann übrig bleibt von diesem Sternleben, ist nichts anderes als diese Sternleiche, die, wenn dieser Kern sehr schwer ist, ein schwarzes Loch ist. Das führt übrigens auf eine ganz interessante weitere Frage, wie überhaupt so ein supermassives schwarzes Loch entstehen kann. Also woher kommt denn so ein Objekt mit 2 Millionen Sonnenmassen? Das kommt ja auch nicht auf einmal dann. Wenn schwarze Löcher das Ende eines Sternenlebens sind, dann muss also ein schwarzes Loch mit einer Masse von 2 Millionen Sonnenmassen ja praktisch verschmolzene schwarze Löcher darstellen, die sich also gegenseitig offenbar so angezogen haben, und dadurch ist die Lochmasse immer weiter gewachsen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, dass ein schwarzes Loch systematisch durch die Aggression von einer Gasscheibe immer mehr und mehr an Masse gewinnt. Diese beiden Prozesse lassen sich wahrscheinlich nicht trennen. Entscheidend aber ist, dass wir von Kugelsternhaufen wissen, in deren Zentrum schwarze Löcher sitzen mit 100 bis 1000 Sonnenmassen. Wenn nun im Innern einer Galaxie in der ganz frühen Phase ein großer Sternhaufen auftaucht, wo viele, sehr sehr viele, schwarze Löcher und Neutronensterne auftauchen, dann fangen diese Sternleichen an, sich dynamisch gegenseitig zu beeinflussen. Und zwar vor allen Dingen, die bremsen sich vor allen Dingen durch einen Effekt ab, den man aus der allgemeinen Relativitätstheorie her schon theoretisch kennt und inzwischen ja bei mindestens zwei Objekten auch gemessen hat, nämlich durch Gravitationswellen. Wenn Massen einander umkreisen, dann senden sie Gravitationswellen aus. Diese Gravitationswellen bremsen sozusagen den Begleiter jeweils ab. Das heißt, die Umkreisung wird immer schneller und schneller, weil der Abstand zwischen den beiden Massen immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner wird, bis sie schließlich tatsächlich miteinander verschmelzen. Jedes solches Verschmelzungstheater ist im Allgemeinen begleitet von einem gewaltigen Gamma-Rae-Outburst, also von einem Ausbruch. Das haben wir im galaktischen Zentrum noch nicht beobachtet, aber was wir eben sehen, sind diese übrig gebliebenen galaktischen variablen Röntgenquellen. Also nochmal, wenn wir uns vorstellen, dass die Milchstraße genauso entstanden ist wie viele andere Galaxien auch, dann ist das Zentrum einer Milchstraße, und vor allem auch von unserer Milchstraße, zunächst einmal ein sehr dichter Sternhaufen, in dem sehr viele Sterne sich hin entwickeln zu solchen Sternleichen wie Neutronensternen und stellaren schwarzen Löchern. Und die verschmelzen miteinander und bilden möglicherweise durch die Verschmelzung dieser Leichen und der Aggression von Gas ein supermassives Objekt. Es bleiben aber jede Menge stellarer Leichen übrig, die jetzt im Nachhinein sozusagen beobachtbar sind als fluktuierende Röntgenquellen. Ein solches Szenario für die Entstehung dieser sehr, sehr schweren schwarzen Löcher und gleichzeitig auch das Übrigbleiben von den Objekten, die eben nicht im supermassiven schwarzen Loch versunken sind. Das macht auch klar, warum elliptische Galaxien, die ja im Grunde genommen so etwas wie große Sternhaufen darstellen, in ihrem tiefsten Innern die allerschwersten schwarzen Löcher haben, die wir im Universum kennen. Es gibt elliptische Galaxien, die haben im Zentrum schwarze Löcher bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen. Und die tauchen relativ schnell auf. Das sind sogenannte Quasare. Das heißt, die sind innerhalb kürzester Zeit in der Entwicklung des Kosmos tatsächlich aufgetreten. Das heißt, der Prozess, der zur Entwicklung von solchen riesengroßen Leichen führt, der muss sehr, sehr schnell gehen. Und im Universum ist die Kraft, die für das verantwortlich ist, eben die Gravitation. Nun machen wir der Sache ein Ende und zitieren wir Georg Christoph Lichtenberg. Niemand wird leugnen, dass in einer Welt, in welcher sich alles durch Ursache und Wirkung verwandt ist und wo nichts durch Wunderwerke geschieht, jeder Teil ein Spiegel des Ganzen ist. Dieses setzt uns oft in den Stand, aus dem Nahen auf das Ferne zu schließen, aus dem Sichtbaren auf das Unsichtbare, aus dem Gegenwärtigen auf das Vergangene und das Künftige. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017